In der Chris Kampagne, macht Chris den Heli kaputt. Genauso wie mit der Biowaffen in Antonia. Da hat es auch Chris gemacht. Haben Sie schon mal einen Heli gesehen wie den, der uns gejagt hat? So einer kostet knapp 15 Millionen Dollar. Mann, Terrorismus ist lukrativ. Vielleicht haben die einen Ölbaron, der sie finanziert. Ölbaron? Wissen Sie, wo ich bin? Wenn ich herkomme, glauben die Leute, dass die Amis für die meisten Probleme verantwortlich sind. Nachher ist sie nix verseucht. Ja, klar. Amerika ist immer an allem schuld. Wir sind nicht zu bösen, Jake. Diese Terroristen haben auch auf unser Land Biowaffen losgelassen. Also geht die ganze Welt den Bach runter. Und Sie sind der Einzige, der Sie retten kann. Großartig. Gut, dass der Druck nicht so groß ist, was? Jake hat rechts. Ja, bei uns genauso. Kult sind immer die Amerikaner oder die Russen. Einer von beiden. Also in der Öffentlichkeit. Freunden Sie sich Ihren Weg durch das Einkaufsbittel. Komm her. Jedes Mal, wenn ich einen Narkap machen, macht er diesen Angriff. Ja, das war's. Ich bin mal gestorben. 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 so nicht so 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 was mit dem so einfach hoch so 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 jetzt kommt schnell nicht durch einkaufsvittel wir sind mit Leon durchs einkaufsvittel gelaufen das heißt sie kommen Barry und Jake kommen von der anderen Seite da begegnen sie sich jetzt auf die die Das war's für heute. Die Räume, Granatenwässer immer perfekt. Vielleicht treffen wir auf Leon, haben wir die zweite Überschneidung. Nee, die dritte schon in der ganzen Kampagne. Sanak? Warum verstecken? War doch nicht frech. Oder fand ich die Supergirl frech. Das ist eine totale Abwanderung vom Uruboros. Jetzt wird der Klaue. I.K.I. Nein, erstmal den Gegner besiegen. Ich bin der Klaue. 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 auch verriegelt im ernst oh Ah, hier Wow Man, die muss einfach nur rumlaufen Ich dachte schon, du kommst zurück zu mir und willst nochmal hoch Okay Larry Träfst dich mit diesen Dingen Ah, gut, komm Okay 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 Jetzt wiegen Sie die POW Das hat einen Segen Sinn bei POWs irgendwie im Trend So hatte man häufiger schon Ah, das war knapp Ich dachte schon, eine Mauer hält mich auf Ich denke mal Leute aber auch, diese Dinger werden jetzt zum normalen Gegner. Hätte ich mir vorstellen. Ja, das war gerade das Schiff, das war das Flugzeug mit Leon und den Händen da.